servus und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal danke fürs einschalten heute schauen wir uns ein paar videos an ich hoffe das ganze wird euch unterhalten wenn ja lasst gerne daumen nach oben da kostenlos abonnieren und die glocke aktivieren und wir direkt rein keine chance das ist schallgeschwindigkeit der mit seinem blut Was! Well, das ist verrückten... Hallo, was darf es sein für dich? Ehh magst du mir eine Banine oder? Gerne. 15 cm ? 5 cm, vielleicht wenn ich schon ein fluorberate oder... Max über 30 cm, kein Problem. Welches hat er es sein ? Was darf auf das Sandwich? Ein bisschen Salame, Froschuto. Also den Italien-VMT. Ja, ja, Italiener, 100%. Möchtest du Käse drauf? Wenn es eine Propola oder eine Mozzarella gibt, dann... Haben wir beide nicht da. Ah, waffan, gut, waffan. Gemüse? Tomate sind. Der Rest ist Azefurt. Ein bisschen Oliven und ein bisschen Salz. So, das wären dann 9 Euro. Für die Panino mit ein bisschen Saloum. Ja, das sind leider unsere Preise. Nein, nein, nein. Magst du die halbe, da 15 cm, gebe ich dir 4 Euro. Tut mir leid, das geht leider nicht. Dann kannst du Pause machen, kannst du selber essen. Stark. Ich will mich so stumm schalten. Zack, er kommt auf den Feuermelder. Und das war's. Und wenn du sowas nicht auf Kamera festhältst, dann glaubt dir auch keiner. Guck ihn dir an. Alarm. Alles, oh mei. Warte, wir müssen uns nochmal anschauen. Guck mal, der Arme stolpert hier über der letzten Treppe. Der übersieht die halt. Komplett. Türen zu. Oh je, denkt sich mal... Je, gar kein Bock. Na ja, passiert. Hier. Drei englische Wörter, die zu dir passen. Wer. Regen. Sonne. Sag's mal einmal laut. Wer. Wer. Auf englisch. Who. Regen. Rain. Sonne. Son. Son. Ich war nur irgendwie so gut. Drei... Ja, ja. Sorry. Ich kann mal kurz hier stumm schalten. Oh brutal. Ah, das ist mega. Playstation Spiele. Ich kenne kein einziges Playstation Spiel. Außer Mario Kart. Ich hätte noch nicht mal angefangen. Ballett Field. Ballett Field? Hatte ich nicht. Schöne. Wir treffen sich ganze Menschen auf einem Feld, und wir tanzen Ballett. Wir tanzen Ballett gegeneinander. Resident Evil 7. Das war grenzwertig. Durchatmen. Es heißt, es spielt Odyssey. Oh mein Gott. Hochwart Legat-Legacy mir weiss keine Ahnung Rede Atre dem Psy-Oner HEH-HEH-H-H-H-H-A wiiiih-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H Bäh, du massieren mind you rephingst that Mitten stark, stark Mh, mh, mh. Mach einfach weiter. Der Grund, warum deine Kollegen eine Gehaltsöhrung erhalten und du nichts. Schön. Hier, guck. Schön. Es licken. Ja, ja. Matt! Welcome back! Mama! Tegar, wo hat der hingegogelt? Matt! Welcome back! Mama! Sabrina! Okay, haben wir schon mal reagiert drauf. Whisky. Oh, mein Gott! What? No! Geh! Gah! 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 Geh moin! Moin, meise. Ah! ja moin wo ist sie gepisst? Das ist die Packbar ganz schnell weg. Ok, schauen wir mal weiter, was gibt es denn hier noch so schönes? Der geht einfach mit dem Hammer hin, aber das macht man halt auch nicht. Wenn der 20, 30 Jahre jünger wäre, hätte er hier rüber gezogen. Pah, junger, junger. Ja, stark. Papa, Afrika. Du bist ein Javaka. Nein, du bist ein Javaka. Nein, du bist ein Javaka, du bist ein Javaka. Nein, du bist ein Javaka. Du bist ein Javaka. Du bist immer ein Javaka. Dieser eine Mate, der eine Schießerei hört und denkt, dass er in zwei Teams alleine ausscheiden kann. Ich glaube, hier haben wir schon überall drauf reagiert. Ok, wir switchen mal rüber zu Instagram. Das ist ein Javaka. Ja, das ist ein Javaka. Oh, das ist ja, nicht so. Du bist ein Javaka. Du bist ein Javaka. Ja, das ist ein Javaka. Ich glaube, du bist ein Javaka. Jetzt können wir den Chalapen übertragen. Nein, du bist ein Javaka. Porfälle, du bist ein Javaka. Du bist ein Javaka. Wie es das ist? Du bist ein Javaka. Bis zum nächsten Mal. To the end, chili. Ach du Scheiße. Wenn die nicht wissen, was Fico bedeutet, Fico ist gesetzlich abgezichert. Es passiert gar nichts. Wenn ihr mal auf der Autobahn seid und jemand schneidet euch, dann könnt ihr aus dem Affekt rausschreien, FICO! Und wenn die Polizei kommt, sagt ich, ich habe nichts, das ist mein Schöpflöffel, damit älte ich. Ich weiß gar nicht, was los ist, damit älte ich. Was ist los? Das ist ein Schöpflöffel. Kommt gerade vom Schwimmen, das ist meine neue Technik. Das kann ich nicht, Doppelfico, hat ja gar nichts. Ich fahre zeitweise so, wenn ich gestresst bin, dass ich gleich reagieren kann. Fico! Doppelfico! Ich muss ja gucken, wo du bleibst, hey. Auf der Spitze! Dicker, ich halte schon recht. Die Checkfrage zum Thema Fernsehen. Wie viele TV-Total-Woch-WM-Fer ist bisher? 5 Sekunden Zeit. Ich muss hier weg. Schade, Musik wäre schon cool. Die ist zaffer. So, geht auch. Manche Leute können hier nicht mal mit zwei Händen am Lenker fahren, Alter. Und er fährt mit seinen Füßen. Das hatten wir schon mal gehabt. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren kostenlos. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Eskobar. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020